Hallo, mein Name ist Nico Neumann, ich bin Sachgebietsleiter im Rechts- und Ordnungsamt für die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Also gerade im Rechts- und Ordnungsamt ist das Schöne, man ist halt viel draußen, man sitzt nicht nur im Büro, sondern macht Kontrollen, ob das im Bereich Jugendschutz, Prostitutionsschutz, aber auch in Schornsteinfegerangelegenheiten ist oder im Bereich von Versammlungen ist es eben sehr abwechslungsreich und nicht monoton. Na erstmal ganz klassisch die reine Verwaltungslehre, das heißt wie ist ein Bescheid aufgebaut, was ist überhaupt ein Bescheid aus dem Verwaltungsakt, Rechtsmittelbelehrung, bis hin zum Bürgergespräch, wie gehe ich mit einem Bürger um, das ist so, was man können und lernen muss. Nein, das auf keinen Fall. Die klassische Verwaltungslehre ist hier gefragt und nicht das umfassende Jurastudium. Das ist doch ein bisschen leichter als ein Jurastudium. Das ist doch ein bisschen mehr.